Wie kann ich denen denn sagen, dass sie hier runter gehen sollen? Hör auf! Aus! Ey Leute, ihr müsst denen helfen hier! Was soll das denn? Hallo? Warum guckt ihr denn jetzt nur zu? Okay, komm, die The Shelter ist ja schön, dass wir das geschafft haben, aber irgendwie will keiner von denen kämpfen. Warum macht ihr nix? Da ist der erste Tod. Ich verstehe nicht, was hier gerade los ist. Bin ich gerade etwas überfragt? Weiß nicht, was... Da kommt ein Bett hin. Die hauen da irgendwie wild drauf ein. Dahinter kann ich keinen Holzblock legen. Ich hoffe ja, dass sie jetzt verschwinden bei Tag. Jetzt haben sie es kaputt gemacht. Okay, sie sind weg. Gut. Ja, ist ja schön, dass ihr alle low health seid, aber... Ihr solltet mal lieber hier kämpfen, ihr feigen Hühner. Könnt ihr euch jetzt bitte zusammenreißen und den Scheiß hier bauen? Okay. Moment. 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 Ich glaube, ich verstehe das Problem. Komfortzone 0%. Alles klar. Da kommt jetzt auch wieder der Deckel drauf. Und hier hinten graben wir jetzt weiter. Machen wir es mal so. Haus complete. Ja. So ungefähr complete. Stick. Sagen wir mal halbfertig. Where is my bed? So. So. Das kommt gleich. Wenn ihr Pappnasen nicht immer so einen Komfortscheiß hier bräuchtet, dann wäre das schon längst fertig. Ja. Jetzt kommt er da oben nicht mehr dran. Habt ihr super gemacht. Ach Gott. Leg da mal einen Dreckkloppen hin, damit das da oben weggegraben werden kann. Ja. Dann leg da zwei Dreckkloppen hin, mein Gott. Was ist denn so schwer? Leute. Ihr macht es mir nicht einfach, ne? Könnt ihr das jetzt bitte da oben weghacken? Dankeschön. Oh, da waren wieder Samen. Wie viel haben wir denn? Samen, 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 keine Samen. Hm. Gut, dann ich. Ich verstehe auch nicht, warum das da keiner mehr einsammelt, das Ding. So. Vielleicht jetzt. Ah, okay. Jetzt kommt das wieder einsammelt. Das wird da auch noch abgebaut. So. Das sieht mir da nicht so geil aus. Den Baum können wir da mal irgendwie abhacken, das da oben. Und vielleicht auch den Baum. So. So. Ich brauche ein bisschen Holz. So. Jetzt habe ich wieder ein so ein Ding. Das kann da hingebaut werden. Ich wollte gerade sagen, nicht vergessen zu springen, mein Freundchen. Ich hoffe, der ist freundlich. Aber er greift mich zumindest nicht an. Das hat ein bisschen Holz gegeben. Und hier versuche ich dann Betten reinzubauen. Da kommt schon mal das erste hin. Erste Bett. Brauche ich jetzt eigentlich die fünf Betten? Für die fünf Leute? Oder wie sieht das aus? Dann müsste ich das Ganze hier ja noch erweitern, ne? Mh, ja. Zumindest, äh, schläft er. Haltet er sich so? Ich hoffe doch. So. Da hinten sind noch Bäume, die wir fällen können. Anscheinend. Und das hier kann eigentlich auch raus. Und hier oben versuche ich dann gleich noch ein Dach zu machen. Ah, er heilt sich. Das ist gut. Das kann auch raus. Dahinter ist noch mehr Dreck. Deswegen funktioniert das auch noch. Aber das kann man nicht mehr abbauen. Also man kann nur die ersten beiden Ebenen abbauen. Und jetzt fängt es wieder an zu regnen. Schade nur, dass ich das Ding da nicht mit hochpacken kann. Oder hätte ich das Ganze überirdisch bauen müssen. Äh. Das kann natürlich auch sein, ne? Okay. Okay. Was ist das mit dir? Ja, du baust das ab, das ist gut. Und es wird nacken. Das ist schlecht. Wie viel Holz habe ich? Sechs. Okay. Wie viel Holz habe ich? Sechs. Okay. Den lassen wir erstmal. Da unten sind Hühner. Gefangen. In meiner kleinen Höhle. Eigentlich voll die geile Falle. Ja, komm, pack dir alles ein. Komm. Genau. Ist erstmal was. Und schnapp dir noch was. Sehr gut. Er hat jetzt schon wieder fast zwei Leben. So, jetzt baue ich auch noch mal. Ah, so viel habe ich gar nicht mehr. Scheiße. Aber wenigstens eine noch mal bauen. Equippen. Der hat, der hat, der hat, der hat nicht. Sortsman. Der kriecht. Ja. Ja. Ja.